Nach diesem Video wirst du genau wissen, wie du deinen Schreibtisch in der Oberstufe richtig zu organisieren hast. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo Eckel, der Abiturcoach und heute sprechen wir darüber, wie du schaffst, deinen Schreibtisch wirklich so zu organisieren, dass du eben den maximalen Fokus hast, deine Hausaufgaben immer möglichst korrekt und fokussierst eben abarbeiten kannst und du dann schlussendlich eben auch möglichst viel Freizeit hast und gleichzeitig sehr, sehr gute Noten schreibst. Denn eine Sache, die ich lange selbst extrem stark unterschätzt habe, ist, wie wichtig Organisation ist. Wir sprechen hier oft um irgendwie mehr Selbstvertrauen, Lernstrategien und so weiter und vieles auch inneres, mentales. Aber wie es um dich herum aussieht, beeinflusst maßgeblich auch, wie es in dir vorgeht. Ihr seht zum Beispiel hier im Hintergrund einen Teil unseres neuen Büros hier in Düsseldorf und unser Büro sieht einfach schön aus. Hier ist nichts irgendwie schmutzig oder was auch immer, weil wenn du irgendwie in einer Umgebung bist, in der du dich nicht wohlfühlst, wo nicht einfach auch schon von außen eine klare Struktur vorgegeben ist, dann wird es auch deinem Hirn sehr, sehr schwer fallen, sich wirklich richtig gut zu fokussieren. Und das Gleiche gilt für euch auch, wenn ihr am Nachmittag am Schreibtisch sitzt. Versucht wirklich einfach sehr, 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 sehr konsequent auf Ordnung zu achten. Und wie das konkret aussieht, das hängt immer ein bisschen von euch ab. Aber eine Sache, die denke ich auf jeden Fall jeder von euch umsetzen kann, ist, weniger an seinem Schreibtisch zu haben. Ganz, ganz oft denken wir, wir brauchen auch die Glitzerstifte, ganz, ganz oft denken wir brauchen 700 Materialien. Aber was ich euch wirklich empfehlen kann, ist euch wirklich mal zu belegen, was sind die wenigen Essentials, die ich wirklich brauche. Und in der Regel ist das bei den Hausaufgaben, sag ich mal, nur euer Buch, das Heft und vielleicht ein Federwäppchen mit ein paar wichtigen Stiften. Ja, auch ich hatte lange mein Federwäppchen vollgepackt mit lauter verschiedensten Stiften, weil ich dachte, ich bräuchte die alle. Aber wenn ihr dann mal das Ganze realistisch betrachtet, dann ist das in der Regel eigentlich so, dass ihr vier, fünf Stifte immer wieder braucht und die anderen nahezu nie. Das heißt, ihr könnt eigentlich sogar das Ganze ohne eure anderen Stifte machen. Da habt ihr auch wieder viel mehr Fokus. Das Gleiche gilt natürlich auch in Bezug auf Ordnung. Ich habe es auch immer gehasst, mein Zimmer aufzuräumen. Aber wenn das einfach euch wichtig wird, ihr von Anfang an schon darauf achtet, nicht die Klamotten immer in irgendeine Ecke zu schmeißen. Nicht, was weiß ich, irgendwie auch die Schultasche irgendwo hinzudonnern, dass die Hälfte der Sachen rausfliegen, was auch immer. So, es hilft euch einfach extrem stark dabei, dass ihr wesentlich mehr Konzentration habt. Und dann würde ich euch auch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr irgendwie ein gewisses Ordnungssystem an eurem Schreibtisch habt. Ja, dass ihr zum Beispiel sagt, ihr müsst ja beispielsweise aussehen auf den Sprint, aber dann müsst ihr ja zum Beispiel nicht alle Bücher immer jedes Mal mit in die Schule nehmen. Das bedeutet, ich würde auch da ganz klar einen Stapel an eurem Tisch haben und sagen, okay, da kommen alle Bücher hin, da kommen alle Hefte hin. Oder ihr packt das in der Schublade, das ist noch besser. Dann seht ihr das nämlich während der Hausaufgaben nicht. Und wenn ihr diese wenigen Sachen beachtet, ja, dann macht das schon ganz, ganz viel aus. Und auch in Bezug auf Organisation macht es nicht komplizierter, als es ist, ja. Der einzige Sinn von Organisation ist, dass ihr die Umsetzung leichter macht. Das bedeutet, wenn du dir einfach bewusst wirst, hey, ich brauche einfach nur ein paar wenige Dinge an meinem Schreibtisch und das ist all das, was ich umsetzen muss, dann ist alles perfekt, ja. Ihr braucht dann nicht noch mehr, ja, sondern ihr habt einfach nur diese paar wenigen Dinge und könnt euch auf die dann eben auch wirklich konzentrieren. Und was ihr dadurch auch lernt, ist diese viel zielorientiertere Arbeit, ja. Niemand gewinnt irgendwas, weil irgendwie euer Schreibtisch besonders schön aussieht, ja. Bildet euch auch nicht ein, dass ihr euch irgendwie noch, wo da für die Analyse rumliegt und so weiter. Das ist einfach nur Gewohnheit, ja. Und was viel, viel besser ist, ist wenn ihr zum Beispiel wirklich klaren Fokus hast. Ich habe auch, wenn ich zum Beispiel die Coachkonzepte geschrieben habe, ja. Habe ich oft hier 100.000 Zellen gehabt und alles gemeint wird und so weiter. Und wenn ich, wenn es mein allererster Prozess ist, um ein neues Coaching-System oder was auch immer zu erarbeiten, dann mache ich das auch so. Aber schon im nächsten Schritt, wenn ich meinst, nur noch mein Laptop, ja, jetzt geben wir es eine Kamera ab. Ich habe nicht mehr und mehr brauchst du auch nicht. Und je weniger du hast, das ist der entscheidende Punkt bei der Organisation, je weniger du hast, desto weniger gibt es auch zu organisieren, desto einfacher ist die Organisation auch für dich. Und wenn du das hast, ja, dann kannst du dich endlich auch auf die Hausaufgaben konzentrieren. Weil was nicht passieren sollte, ist, dass du dich so unendlich viel organisierst, ja, dass du dann im Moment gar nicht zum Hausaufgaben kommst. Und deswegen versuch dir wirklich auf die wirklich wenigen wichtigen Dinge zu fokussieren. Und dann wirst du auch am Schreibtisch eine wesentlich bessere Performance haben, wenig schneller, vor allem auch die Hausaufgaben erledigen können und wirst sonst nicht mehr so viel machen müssen. Deswegen in diesem Sinne denk dran, ich glaube an dich. Werde dich gerne unten im ersten Link in der YouTube-Beschreibung auf unser Coaching oder sonst nicht dran. Ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.